Salong Zucker, auf Deutsch Salong Zucker, ist eine Mischung aus Praline und Bonbon. Mehr als 30 verschiedene Geschmacksrichtungen der ungarischen Süßigkeit gibt es, darunter Marzipan oder Fruchtgelee. Die klassische Version besteht allerdings nur aus Kartoffelstärke, Zucker und Wasser. Die ersten Rezepte sind aus dem 19. Jahrhundert überliefert. Die ungarische Hauptstadt Budapest ist bekannt für ihre Traditionskaffeehäuser. Hier bekommt man in der Adventszeit Salong Zucker auf Bestellung. Sogar das Papier wird hier noch handgemacht. Die Glitzerfolie ist fast genauso wichtig wie der Inhalt. Die Spezialität ist außerdem eine beliebte Weihnachtsbaumdekoration. In vielen ungarischen Familien ist es Tradition, die Salong Zucker gemeinsam aufzuhängen. Die Pralinen heimlich zu vernaschen und nur das leere Papier hängen zu lassen, ist hingegen ein eher inoffizieller Brauch.